recht herzlich willkommen zur 96 folge von towns wir haben letztes mal diesen raum da weiter gemacht genau da was umgebaut nach dahin ja guck da ist gerade einer hingestellt worden das läuft super dann haben wir hier jetzt die wände noch vor und dann müssen wir da am boden rein machen das kriegen alle hin der nächste brachte das auch schon geht das wird wohl direkt hier gebaut und gar nicht irgendwo dran hätte ich jetzt gedacht okay hier brauchen wir gerade mal was ab den da nämlich den auch den weg machen machen wir weg und den als letzten augen gut unten rein hier unser schweizer käse sozusagen hier ist noch nichts passiert wo es einer namen buddeln wahrscheinlich hier in dem gang noch okay sieht man nicht hat da läuft er gerade weg alles klar das war der gang die treppe wo laufen ihnen hin ach so hier wird jetzt bestimmt weitergearbeitet okay tschuldigung die treppe haben wir gar nicht beobachtet ob da da guck mal an es ist schon was weiter erkunden erkundschaft wird ausgekundschaft wird man wahrscheinlich sagen hier schon weiter ausgekundschaft worden gut wunderbar aber da gibt es noch viele bereiche wo noch was ist ne ja gut läuft auf jeden fall da wo läuft der hinweg die treppe brauchen nein gut die gänge dahinten werden gemacht da kommen jetzt auch ganz viele dafür sehr interessant noch hier ist in der schon fertig ja läuft läuft gut kommen weg machen ja kann man weg machen mein gehen wir mal höher die sieht auch so aus als ob die läuft noch alles gut zwei eingänge wusste ich gar nicht wo sind jetzt weiter achten die direkt an einem schaft runter naja ok da haben wir auch zwei ja pech gehabt mit dem dass man da runter fällt dann wahrscheinlich okay ist halt so so irgendwie ist unser happiness noch im keller 14 immer schlechter warum ist die happiness nicht am steigen das versteht keiner essen ist 11 7 10 sollte eigentlich nicht das problem sein essen wir produzieren zu wenig mit holz wahrscheinlich weil wo wir immer ausbauen da sind die einfach hoch ne was macht denn unser raum hier kein holz mehr da warum wird hier nicht weitergemacht komisch sind auch noch tannenbäume und hier wird auch gar nicht hier die streifen gemacht für unseren weiteren wald ich glaube diesen haben wir auch nicht blauen da ist sie täuscht nur weil das am ende ist komisch kriegen wir das jetzt nicht hin oder was bieren sind wir noch da der holt sich auch noch eine zu essen ist nicht das problem 1338 ist ein bisschen wenig ne mal gucken dass wir das hinkriegen ja also die kleinen dinge hier finde ich jetzt so heiß ne die von den wie heißt der keine ahnung kräuterlingen oder sowas wo ist er jetzt hin ach der ist in den keller gelaufen sehe ich aber nicht wohin da ihn siehst du nicht aber die kleinen museldinger siehst du ah das gehört hier zum baumstamm da jetzt will ich den mal gerade anhalten taunting trunk und der ist herbalist keine ahnung aber ich glaube der herbalist und die gehören zusammen alle okay hier hinten kann man auch noch was entdecken das ist noch so eine andere höhle die ist noch natürlicher cool oder diese viereckigen wie hier das ist ja nicht so schön aber dieses ungleichmäßige sieht viel cooler aus da ist noch einer oder auch schon tot das war ein held war da jetzt einer zum töten und er ist woanders da gibt's cola ja wahrscheinlich war das hier oben dann ne wo die anderen waren ja kann man leider nicht um die ecke gucken jetzt hier weil der herbalist nicht weitergeht ne und die kleinen machen nix frei glaube der läuft ein bisschen eher durch die gegend ne ja hat keinen plan wie der durch die gegend läuft da ist noch eine ecke frei geworden hm naja die gehören alle zusammen komm mal hier hin dann können wir noch was sehen und dann läuft wieder woanders hin ja da in den gang ne hier ist schon alles entdeckt da brauchst du nicht mehr langlaufen aber hier war ein anderer mit die red haben wir denn Waffen mit die red schon gemacht wir müssten mal hier oben gucken ne aber da haben wir noch nix wahrscheinlich Waffen wären hier links zu bauen ne ich will da nicht drauf blicken da erstmal problem mit die red gibt's noch nicht einen haben wir aber den haben wir nicht gebaut sondern irgendwo gefunden wahrscheinlich kommen wir bauen von jedem ein oder und nager machen stockpile ich glaube schon das gehört dazu oder so und managen wir das und da wird schon elf kugeln guck mal dass wir die hinkriegen guck mal hier wird auch schön gemacht da wird nichts gemacht auch schön läuft erstmal hier ist ein Lager das war glaubt für prepared food genau so ist es hier geht auch grad nix weiter ist irgendwie komisch gerade allerdings sind hier unten wahrscheinlich mit gängelschaufeln beschäftigt ne oder obwohl ich hör kein klack klack hm komisch der gang ist auch noch nicht fertig das dauert also noch hm müssen wir schauen wo sind denn die arbeiter alle in der küche oder also da läuft jetzt jemand lang der läuft runter läuft noch weiter runter und holt was kupfer aber wahrscheinlich für waffenproduktion kann das sein so müssen wir hier gucken dann wissen wir das was brauchen sie denn kupfer die red kupfer die red kupfer die red kupfer alles klar dann läuft das ja dann müsste das ja hier gleich erscheinen irgendwo ah guck der hat eine kugel geholt ist denn das Lager da ist das Lager ist aber noch nix dran ja wir müssen umso tiefer kommen natürlich auch bessere Kleidung haben beziehungsweise äh rüstung ja ist grad pause ne da kommt wieder einer angelaufen der hat kupfer dabei genau so wird eingeschmolzen ist weg und braucht noch irgendwas wahrscheinlich nochmal kupfer ja ich weiß jetzt gar nicht wie das ist mit ausrüsten können ja mal hier die drei nochmal sagen automatisch ausrüsten aber die haben schon top sachen glaubt an und das ist ein bone 384 aber wir würden das ja sehen wenn wir hier gucken mit 1269, 1207 und äh 45 ob die sich gleich verbessern äh könnte sein das sieht gerade so aus als ob da der das gemacht hat 1269, 1207, 1319 diese Person hat sich gerade neu eingekleidet also funktioniert das Leveln in der Hinsicht oh da ist aber einer ganz schön hungrig oder irgendwas oder sowas komme ich jetzt nicht dran ja nach da unten sind schon wieder weite Wege ne schwierig gut und da ist eine top rüstung holt die sich einer ja ne der hat eine blaue Kugel dabei holt er sich nicht müssen wir gucken ne wer die anzieht da kommt jemand und ne kupfer in der Hand mit geschmolzen läuft nicht aber da kommt jemand der holt ihn sich ja das war glaube ich die unterste Person von den dreien ne ja guck an da angezogen 1269 gut okay aber ich würde aber auch sagen dass es für diese Folge reichen soll ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss